st auch für ihn auch für die feine die aber er werden was scharfe wichtig damit die scheiß nachdem überspringen ich hab schon drei zwei wollen und wenn ich brauche noch einmal er könnte man ja nicht alle die erfreite mit einer das ist das die kuh ist noch immer nicht ausgewachsen naja das ist ein bisschen blöd wenn wir uns einmal ausloggen und so dass wir dann mehr um wenn bei welchen Wort vor allem würde ich jetzt machen wird fangen er hätte ich noch ein Leben immer noch Markus das ist das okay dann ab dafür die nur mit Schönen hier noch um was willst du da verfahren und gehen deine Mutter zum Glück habe ich hier irgendwie durchhalten er ist er muss auch werden ja meistens und er hat und jemanden wie irgendwie muss und sein warum irgendjemand muss ja auch die Kohle nach Hause bringen ich weiß nicht ich will meine Wurscht haben klage was zum Teufel läuft schief so um okay den Gang hier hätte gerne die erlaubnis andere Person zu schlagen erlaubnis verweist nicht erteilt ich hab mich schon wieder kein Ingame Sound Mann Alter was machst du eigentlich immer? mach den Finger aus den Arsch ja vorher hat sich mein Schönen Sound deaktiviert weil mein Headset sich hinten raus gesteckt hat weil es langsam rausgerutscht ist dann ähm ja das wollen wir nicht weiter ausführen nein einführen auch nicht hm hm ne aufnahme Pizza essen ist locker hm also ich hab hier was gefunden besonders wenn es ums Einführen und Ausführen geht ähm über Ahne ist verschlossen so hm ja möchtest du was zum Einführen sagen sei Dank ne ich will hier was zur Höhle sagen also nen Graben ja in die Höhle hast du da bist du da bei diesen zwei Fackeln? weil wir haben ne riesige Höhle ne ich hab selber gegraben ja in meine Höhle rein hm in meine Höhle rein? in meine Höhle rein? er ist bei Markus Höhle angekommen what? steh nicht so auf er trinkt den ganzen Tag in mich ein was? wie? was? ja auf jeden Fall Xenox trinkt was trinkt? ey 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 er trinkt in Markus Höhle eigentlich achso wirklich? ja das ist ne ganz schön große schwarze Höhle er hat die schon ausgeleiert ja da waren bestimmt auch schon ein paar Leute drinnen oder? ja da krabbeln auch schon die Zombies drin rum das kann ich mir gut vorstellen die kratzen da immer an der Wände waren auch immer diese große schwarze Endermänner drinnen oder? ähm ähm wir brauchen doch eine Mini für solche Dinger oder? ich hab soeben Mini gefunden ja gut für dich gut wenigstens einmal hat man was geschafft ja irgendwas ist an Nutze das nächste Mal muss er gegen eine Spinnekämpfe gewinnen äh ich hätte vielleicht noch eine Verstärkung hier unten wieso hast du nen Dorfbewohner gefunden oder was? negativ äh hast du nen Dorfbewohner gefunden aber eis aber eis boah komm mal hier runter alter ne oh oh mh oh komm mal runter oh ne warte ich komm hoch ich weiß wie ich die Folge nennen werde haha Markus kommt das Gestöne in der Höhle oder so die Stöne in der Höhle oder so boah dann musst du dieses Auto ähm so in Echo Effekt so oh 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 das magst du aber super Markus Markus könnt ihr echt eine Pornosynchronisation machen ey mhm oh ja 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 denk mir doch halt der Eier äh ja ja okay genau das sagen die in den Pornos weichst du uns denn ja Phil können sich weicht ich will mich ich ich, ich ernähre ich wenigstens hier Phil ist hier der Profi auf dem Gebiet oh mein Gott das läuft haha Ah er hat schaden gekriegt haha ich weiß nicht wo durch boah Was ist das? das ist vielleicht Skelett nein ich hab gar nichts zu sehen das ist ein Silberfisch Prozent 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 Verfolge jetzt noch seine Lebensanzeige Prozent das ist der Fall im Ziel der letzte Däden Prozent und das hat er denn gewonnen oder er muss dann alleine weitermachen Niedern ist nicht vorbei also sobald ich hab's geschafft Wo bist du denn hergekommen? Soll ich dir zeigen? Nee Markus kommt irgendwo wo eine Gefahr ist her und dann Soll ich dir zeigen? Noch mal rein? Noch mal rein? Kann ich mir einen Eisenhelm machen? Achso jetzt haben wir gar keine Rüstung gemacht Kann ich mir einen Eisenhelm machen? Ja ja mach Und auch alles andere oder nur Eisenhelme erstmal? Mach mal was du willst Mach doch was du willst Bei dir ist es doch ehre, das ist alles egal I'm so fluffy, I got a time Ich geh da jetzt noch mal rein, ey Darf ich vielleicht zur Sicherheit den goldenen Apfel mitnehmen? Nein, lass ihn hier, wenn du stirbst Nein, lass ihn noch hier, Markus 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 Leg den goldenen Apfel in die Truhe Ich hab den, ich hab den noch Du hast ihn genommen, ich hab das genau im Mausrad gesehen Leg den da wieder hin Wir unterstützen Wir unterstützen Okay, wenn er stirbt Mörder Ist er tot Dann bring ich ihn nochmal Bring ich ihn nochmal um Oh, Alter, du krieg ihn zu Nie wieder goldene Äpfel für dich, Markus Wenn du den jetzt voll spendest, ey Markus, lass den goldenen Apfel in der Truhe Hat er jetzt aber mitgenommen Markus Ist doch alles safe hier Ja, nee, eben nicht Ich kenn Markus Dann ist da Lava und der ist weg Okay, Markus bekommt keine goldenen Äpfel mehr Ja Generellich Oh, Alter, was ist das? Da vorne bewegt sich was Ja Den hau doch ab da Alter, da ist der schwarze Mann Oh meinst Der schwarze Mann Der schwarze Mann Ohne Witz, ohne Witz Ich bin da grad Ich bin da grad Ey, nee, ohne Witz Ich bin da hingegangen auf einmal Die schwarze Männer tun immer deine Höhlen davor Ich bin da auch schon nicht verknüpft Ich bin da auch schon nicht verknüpft Der schwarze Mann Also, ohne Sound gehe ich da nicht mehr rein Ja Fickst doch mal dein fucking Sound, ey Da ist ja schon ne dreiviertel Stunde rum Ja, oh Okay, ich packe den goldenen Apfel wieder rein Ohne Sound, ohne Sound ist auf einmal ein Creeper hinter dir und du merkst es nicht Was hast du jetzt Markus aus dem Game? Ja, weil er sein Sound fixen muss Ach so Wenn sich mein Ding vorher rausgezogen hat dann No, ich hab's jetzt auch gehört Ich hab mein irgendein Geräusch gehört Okay, du hast dieses komische Ding auch gesehen Nee, gehört Ich hab irgend so ein Geräusch gehört Aber es kann glaube ich sein, wenn man immer eine neue Höhle entdeckt würde Ja, ich hab euch ein Matt auf die Server getan Ihr kennt doch da diese Geschichte von diesem Bruder vom Notch Herobrine Genau, der schlägt sich da in die Höhle rum Was, Herobrine? Ist das nicht dieser Typ, der so stark ist? Na, ich weiß nicht, alle sind so von Latsch, der gestorben ist Nezotisch, so Ich hab's jetzt einfach mal umschrieben Der, der die Minecraft-Welt mit einem Schlag zerschmettert hat Nicht so dicht am Wieviel XP habt ihr eigentlich? Vier Neun Ich hab neunzehn Leute, was ist mit euch los? Ja, du farmst die ganze Zeit Ich bin wirklich produktiv hier, im Gegensatz zu euch Ja, das stimmt Ja, dafür hast du eine Kuh getötet Ja Ja Das war auch für Produktivität Ne Das war eher Das hab ich ein Buch draus gemacht Die hatte ich ein Buch draus gemacht Ja, wow Und first braucht man Bücher? Hm? Fünf Bücher, egal Wir haben noch nicht mal Sachen dafür Oh Die wird damit verzaubern Willst ein Eisenschwert verzaubern? Oder eine Eisenrüstung? Ich möchte meine diamantene Spitze Verzaubern in der Hoffnung, dass ich Fortune drauf bekomme Ja, haben wir denn diamanten? Ja Ja Hat er Wie viele? Eine Spitzhacke Spitzhacke Hast du denn noch genug für ein Enchantment Table? Nein, ich bin ja gerade auf Suche nach diamanten Ja, dann mach ich auch mal wieder was hier Wie ist das? Irgendwie trau ich mich gar nicht nach draußen Oh, es ist Tag, es ist Tag, es ist Tag So, wir können raus und Es ist Tag, halleluja Damit es klar ist, ich gehe nie Oh Ich höre Spinnen Ich höre Spinnen Ja, ja, die sind hier Die sind, Alter, die sind über dem Haus Nein, die ist am Eingang Markus hat Aber die sind aggro Es ist doch Tag Ja, aber die sind trotzdem aggro Markus, hast du die irgendwann mal geschlagen? Nein, die ist doch schon auf mich Und Leute, der Ralf der Meister hat schon wieder Diamanten gefunden Sehr gut Hast du den Faden wieder gefunden, Markus? Nice Ja Aber ich gehe nie wieder in die Höhle Hast du den Faden wieder gefunden? Ey, na, ich gehe nie wieder in die Höhle rein Oh Nie wieder Ich sehe da einen Der mag mich nicht Achso, siehst du da einen schwarzen Mann? Markus, Markus? Ne, ne, ne Achso, Markus sollte ich vielleicht nicht fragen Der hat vielleicht nicht am meisten Leben So Leute, acht, acht Diamanten habe ich rausbekommen Acht Schuhe Acht Schuhe, what the fuck? Nice Was? Aus einer Mine, also Ich krieg ein Diamantschwert Du! Du nimmst gar nix Was, du kriegst das ein Altstritt ja Du mach mal zuerst den goldenen Apfel wieder in die Truhe Habe ich doch schon lange Na, okay Ja, der ist wieder drin Ja, der ist wieder drin Bo, guck mal, bei mir leuchtet jetzt hier leuchten die Sonnenstrahlen in den Höhen Alter, warum macht, wer lässt immer die Scheiß Tür auf? Geh nicht, schick nicht Was ist los denn? Wo bist du? Wo bist du? Markus, ne, ach, Sennox Ne, ne, ich, ich nicht Ich bin auch so wichtig, wo bist du? Wo bist du? Ich bin auch auf Tier-Suche Schlag ihn Wo und wo brauchst du mich? Ich brauche Lava Ich brauche Lava Leute, es wird echt dunkel Ich kann nicht sagen, wo welche jetzt kommen mit Ich hab vor gerade welche gesehen Wir brauchen Hühner Schüsse genau Neverportal müssen wir erstmal machen Genau, genau, genau Das ist erstmal wichtig 65 Leben Ja Weil du schon immer Was hab mich da vorgeschlagen Du warst du vorhin Ja, was hat mich da geschlagen? Ich hab da nix gesehen Du hast doch auch gesagt Oh, ich wurde geschlagen Ja, aber, ähm Wie ist eine Eintagsfliege? Ja, aber ohne Spaß Ja, warte Markus, ich brauche noch Wasser Ohne Wasser läuft nix Ja, genau Die unendliche Wasserquelle hat jemand weggemacht in unserem Haus War bestimmt Philipp der Trottel Ja, was brauchen wir denn da nur um unsere endliche Wasserquelle? Das ist Verschwendung von Platz Was machst du jetzt? Oh Gott! Oh Gott! Oh! Hinter dir ist eine Spinne, ne? Was? Was? Ne, hinter... Zenox, was ist los? Was ist los, Zenox? Soll ich zumachen? Ne, die krieg ich Jetzt geh mal... Markus Die krieg ich Ich krieg die Komm rein, du hast 65 Leben Ich krieg die Warum hat denn Zenox Schaden gekriegt? Ach ne Ja, ich hab ein bisschen Schaden bekommen, weil... Oh Weil... Deswegen Wartet mal Mein Brain ist heute nicht ganz intakt, also... Keine Ahnung Auf jeden Fall gerade... Ach genau, ne Spinne! Draußen Ach, echt? Ja, wo du auch warst, Markus Ja, das sieht Die Spinne war ja no problem Ja, da war aber zwei Ist immer noch nicht ausgewachsen, die... Ja Siehst du, ja Ja, dauert Wir können dich ja an den Steil stellen und dann kannst du... Ja, du kannst die Kuh durchschwingen Okay Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Hey, Caps lockern Hey, ja Hottet ab hier Oh Gott Oh Gott Es ist meine Nimm die kleine Chick Ah, du geile Chick ah Markus ist ein Kinderficker Oh ja Ey, ich will nicht mit diesen dicken Kühlen hier Dieser dicker Erna Ey, das kleine Kind, hau ab Du willst du schreien? Oh Gott, schau Oh Gott, schau Film was? Ja, wow So, Ralf, komm mit Ja Ja Ja, ich bin noch da Los Move you ass Ja Hier ein Äh, was brauche ich denn? Was zu essen? Wir müssen denn halt kurz putzen, weil ich hab da das... Ach genau, eine, eine Rüstung Wäre vielleicht noch gut? Verlastet schon alles? Ich habe mir eine Rüstung gemacht, eine komplette ja, wenn du das meinst Okay Okay, links, hier unten in der Ecke Das müsste eigentlich unwohl da sein Oder das war nur so eine kleine Ecke voll Was war schon da? Lauf mal da die Ecke weiter, da vorne ist irgendwas hinter der Ecke Ne, 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 weg weit, da was dunkel ist Lauf mal da lang, lauf mal da lang Juhu 1,5 Oh, da ist ein Spawner, da ist ein Spawner, da ist ein Spawner, oh, nein Das ist ein Spawner, das ist ein Spawner, nein Man, was, setz eine Fackel rein Da war die Gewerke, sternenkla Profender Ich muss jetzt erst mal wieder auf die Lebensanzeige gucken Oh, da ist ein Spawner Spawner Oh, Ralf hat Schanig Oh, jetzt 1 Alles klar, alles klar Die Kiste, die Kiste Schaltplatte, Namen, Schild, Namen, Schild Schattel, Schaltplatte, Redsturm immer nur Leck mich am Arsch ey Warte den könnten wir eigentlich als Monster holen Ah das gibt sich nicht gut was ist ein Spinn Spawn? Ne 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 Spitzer äh machen wir gleich mal zwei